Dem Königshainer Schloss gilt unsere Aufmerksamkeit. Es wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaut. In den letzten Jahren aufwendig restauriert, beherbergt es heute ein Heimatmuseum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn wir Apotheke spielen, hättet ihr gern noch eure Rezepte. Elke hat soeben die Rezeptgebühren einzahlt. Ist auch Öl? Stinkt man? Der Platz hier, wo man ziehen lassen, abfüßen, filtrieren und genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 In Königsheim endet auch unsere Kurzreise durch die Oberlausitz. Untertitelung. BR 2018